Drachenmagic Vielleicht ein kurzer Hintergrund, das ist die größte Investition seit über 20 Jahren hier im Park Und ja, da gibt es eine schöne Hintergrundgeschichte zu, die zeige ich Ihnen gleich Ich möchte nur eben noch einmal Dank sagen, alle, die sich bei dem Projekt beteiligt haben Also das ist ein Projekt, was zu 95% in Eigenleistung hier im Park entstanden ist Das Projekt zeigt sich dadurch aus, dass wir sehr viel Upcycling betrieben haben Um auch einen schönen alten Charme in der Halle zu haben, sind quasi keine neuen Materialien verwendet worden Sondern die gesamte Anlage ist aus alten Bestandsmaterialien gebaut worden Das werden Sie gleich sehen, das gibt der ganzen Sache einen richtig schönen Charakter Doch plötzlich entdeckte Fabulous etwas sehr, sehr Seltsames Ein großes, prachtvolles Ei, wie es noch nie zuvor gesehen hatte, lag direkt vor seiner Nase Er traute seinen Augen nicht, wie konnte dieses Ei dorthin gelangen Und vor allem, wie groß musste der Vogel sein, dem dieses Ei gehörte Die Scheune, die direkt an seinem Haus anlag, schien ihm der richtige Platz für das Ei zu sein Er behandelte es so, als wäre das sein Ei getrunken und platzierte es in warmen, weichem Sturm Mit der Zeit von Fabulous noch viele weitere Eier, die er ebenfalls in seine Scheune brachte Ja, jetzt haben Sie alle gesehen, wie es zu den Drachen in der Scheune bei uns gekommen ist Nach einer wahren Begebenheit, die wir jetzt wissen Ja, was soll ich da noch erzählen? Ich hoffe, dass Fabulous auch fertig ist, weil Fabulous ist auch total aufgeregt, dass endlich alle gucken kommen Ich muss mal den Ben fragen, wie weit Fabulous denn ist Ben, wie weit ist Fabulous? Fabulous ist so weit, er hat sich hier gesetzt und hat sein schickes Zauber gewandert Also Leute, seid ihr so weit? Ja! Der erste Tag ist schon geschlüpft, also wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst ist das ja voll da drin Ja, dann mal los, dann muss natürlich irgendjemand ganz offiziell, wo ist das Schießkommando Ganz offiziell die Attraktion und das Bändchen durchschneiden So, wem nehmen wir denn da? Was ist denn mit dir, du zufällig hier vorne stehender junger Mann, möchtest du denn Ja, möchtest du denn vielleicht das Bändchen durchschneiden? Wie heißt du denn? Ach, das ist der Bene, Mensch, das ist ja ein Ding Dann nehmen wir die Schere, Messer, Grabe, Schere, Licht, das lassen wir heute mal, ne? So, jetzt steig hier mal durch Oh, das ist auch mal ganz schön schwierig mit dem Wind hier Jawoll, ping! Oh! Ja, damit würde ich mal sagen, ist die ganze Geschichte eröffnet Ich wünsche jetzt allen viel Spaß mit Drachenmagic Los geht's! Ich bin Gloria von Eulenstein und führe euch nun durch die wundersame Scheune von Frederic Finley Fabulous, den fabelhaften Zauberer Wer hat ein guter und freig? Oh, das ist ein guter Stap! Der Darius schaut euch in das späten, sondern das ist einsystem Tröte ich nicht mehr? Aber das ist doch immer wieder Der Dach und geil ist alles gut! Der Dach von Magik! Ach, das ist toll! Es ist sehr gut, es ist ungewöhnlich, dass es in der Winter zu öffnen, für einen Themenpark zu öffnen. Alle sind öffnen, wir sind öffnen und öffnen eine neue Attraktion. Es ist viel Arbeit, wir haben die meisten in-house gemacht. So nur die Drakons sind von außen aus. Die restlichen Sachen, sogar die Träcke, sind von uns selbst gemacht. Nur der ETF-Guy kam über und machte einige Programme, nachdem wir die Träcke installiert haben. Es ist ein komplett 100% Magikpark-Projekt, von all den Craftsmans, die hier arbeiten. Wir sind sehr stolz darauf, es ist die größte Investition für mehr als 20 Jahre. Es ist die erste immersive Attraktion, die wir haben. Ich denke, die Leute lieben es. Die ersten Reaktionen sind sehr gut. Alle sagen, oh ja, wir machen es wieder. Wir machen es wieder, also die meisten Leute machen es wieder. Wir sind noch nicht am Ende, also wir planen zu machen, mehr zu machen. Wir sind öffnen, für neue Surprises. So sind wir. Wenn du die RIDE und die RIDE-Experienste, ist es eine Sache, in particular, du liebst, von dem du hast, so far gemacht? Ja, wir lieben es alle. Das ist ein guter Punkt. Wir haben es alle gemacht. Das ist was ich gesagt. Die Idee, die ganze Geschichte, das ist alles von hier. Es gibt keine externen Unternehmen, und das ist warum wir alle lieben es. Ja, wir wissen, dass die strongest und die besten ist der DRAGON-DISCO. Die meisten Leute lieben es. Es ist der Ende der RIDE. Und, surprisingly, es ist eine der größten RIDE-Experienste. Weil es kein DRAGON in der DRAGON-DISCO ist. Aber ja, die Leute lieben es sehr. Und, wie du sagst, das ist die erste Immersive RIDE die du hier gemacht hast, in der Magic Park Verden. Warum hat der Park gewählt, um solche RIDE zu bauen? Ja, das ist eine komplikierte Geschichte. Also, wir hatten dieses Gebäude, und dieses Gebäude hat ein schönes Gesicht. Wir haben nicht die Gebäude geändert. Wir haben ein paar Bilder geändert, aber es war hier. die Gebäude, All das Werkzeug. Ja, das Gebäude ist mehr als 30 Jahre alt. Und es war eine Storz. Und eine Warehouse. Und wir haben gesagt, wir haben das Gebäude, wir können etwas mit dem Gebäude machen. Wir haben das Gebäude mit der Winter. Wir haben das letzte Jahr mit der Winterseason. Und wir haben auch gedacht, wir müssen die Winterseason Und wir machen etwas in der Winter. Und dann, eine gute Konnexion von meiner Seite bringt die Offal, um das RIDE System von Bavaria zu bekommen. Ja. Okay, 1 und 1 ist 3. Ja, wir haben das Gebäude. Wir haben dieses RIDE System, das mit einem solchen Gebäude mit einem solchen Gebäude. Wenn man ein Träck System kann man so eine lange Reise machen, weil man so eine lange Reise machen kann. Ja. Und dann, der dritte Schritt war, um eine Geschichte darüber zu finden. Und dann, wir sagten, Mensch, wir hatten die Idee, etwas mit Ferrytales zu machen. Aber dann, wir kamen zu den Drakens und sagten, etwas mit Drakens. Und dann, der Schritt war, nicht so weit, um auch Fabulos, unser Magister. Und ja, das ist warum die Geschichte kam. Ja. In der Park, du hast, Fabulos, du Magister, auch die Ritterrost. Ja. Wie sind die zwei related? Und wie kam das zu der Storyline mit Drakens? Ja, Ritterrost ist IP. Und es ist nicht für immer. Und ja, wir wollen Ritterrost mehr in einem Park als eine theming-area. Und die Hauptsache der Park sind die Ferrytales und die Magister. Und ja, das ist, wenn wir so eine große Investitionen wir wollen es für ein paar Jahre für einen langen Term. Und Ritterrost ist nicht für einen langen Term. Und das ist, weshalb wir sagen, wir müssen es independent von any IP und ein bisschen timeless. Und dieses theming und dieses Ideal wird auch gut in 20 Jahre. Ja. Denn Drakens sind timeless, unser Magister ist timeless und nicht so Zeit-Driven. Und wie kamst du vom Fabulous nach dem Drakens? Oder war es nur eine... Ja, die Idee war einfach etwas mit Drakens. Ja, vom Anfang. Ja, und dann wir diskutierten und dann haben wir die Verbindung und gesagt, okay, lass uns diese Geschichte erzählen. Und, ehrlich gesagt, nach ein paar Monaten habe ich gesagt, oh, es ist ein bisschen ein bisschen wie bei der Freudenreich in Europa. Aber das war nicht das Approach. Die Approach war independent von all sorts. Und dann haben wir gesagt, hoffentlich niemand sagt, oh, wir haben die Idee verloren. Nein, nein, es war independent von dem. Und, ich muss sagen, wir haben Gloria von Ollenstein in der Pre-Show. Oh, ja. Unsere Gloria von Ollenstein ist seit 20 Jahren. das für mich. so, wenn sie mir sagen, ich stehe ihre Ideen, dann sage ich ihnen, sie stehe meinen Namen. Natürlich, wir gingen über den Park hier, wir haben bereits die Märchenwald-Ferritäle Forrest. Es ist eine große Fairytale, und das ist auch eine sehr immersive Storytelling-Ride. Ja. Können wir, als wir von Dark Knight Database auch sehr lieben, können wir noch mehr in den Magic Park in Zukunft? Nein, im Moment ist es nicht der Plan, aber, ja, wir wollen mehr und mehr über die immersive Erfahrungen Wir werden nicht klassische Dinge wie in der Vergangenheit, wie ein Carousel in der Wood, und das ist es. Wir wollen alles unter dem imersiven Erfahrungen Und, ja, wir haben letztes Jahr eine neue Fairytale, die Bremer Stadtmusikanten. Ja, ich mag das. Ja. Ich glaube, es war auch ein guter Schritt, und wir haben eine neue Standard mit den beiden Attractions. Und, ja, wir werden weitergehen, auf diese Straße, aber es ist nicht möglich, dass wir in den nächsten 10 Jahren machen, denn wir haben andere Dinge zu tun. Okay, ich denke, das sind meine Fragen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017